Als Victoria und Lily aufgefunden wurden, waren sie in erbärmlicher Verfassung. Ihre Eltern tot. Allein in der Wildnis. Für mindestens fünf Jahre. Hey, Victoria. Wie sie überlebt haben, ist unerklärlich. Ich bin der Bruder von deinem Daddy. Weißt du noch? Und Luke. In einem liebevollen, familiären Umfeld haben Victoria und Lily eine reelle Chance auf ein normales Leben. Sicher, dass du das willst? Nein. Mai 2. Anna. Ich bin Annabelle. Ihr könnt mich so nennen. Oder wie immer ihr wollt. Anna. Die Mädchen sind nie im Leben bereit dafür. Und nie im Leben bin ich bereit dafür. Welche Symptome zeigen sie? Sie reden mit den Wänden. Und was sagen sie? Mama. Es wird besser werden. Versprochen. Ist das gut? Erzähl mir was von Mama. Nein. Was hast du? Ich will nicht, dass sie was zustößt. Mir wird schon nichts passieren. Das hast du nicht. Ich glaube, sie bekommen Besuch von jemandem. Victoria, was ist da unter dem Bett? Ein Geist ist ein irregeleitetes Gefühl. Es ist dazu verdammt, wieder und wieder erlebt zu werden. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Ist sie hier? In diesem Haus? Mama, hör auf! Du hast es versprochen! Er ist Mama, Victoria. Er ist Mama, Victoria. Er ist an der Familie hier in St. Louis bekannt. Ich wollte nicht hierherziehen. Das alte Haus konnten wir uns aber nicht mehr leisten. Außerdem muss ich meine neue Geschichte hier schreiben. Ist es diesmal eine gute Geschichte? Ich schreibe das beste Buch, das jemals einer gelesen hat. Ich habe hier ein echt gutes Gefühl. Okay.